Es wird Freischütz, die Oper Freischütz gespielt und der Max, Max ist durch die Wälder, durch die Auen, der Jäger, steht da, die Soufflöße und er tut nicht dergleichen und dann ruft sie, durch die Wälder, durch die Auen, keine Reaktion. Sie ruft nochmal, durch die Wälder, durch die Auen, nicht? Dann tritt er vor und sagt, welche Oper?